Dein Name? Philipp Heise. Alter? 21. Herkunft? Düsseldorf. Position? Linke Seite. Welches Spiel wirst du nie vergessen? Die Spiele in dieser Saison Bremen und Rostock. Gibt es Rituale für dich beim Fußball? Bin ich noch auf der Suche nach. Wenn ich nicht Fußballprofi wäre, dann? Würde ich mit Käseberg die Wäsche waschen. Welche Idole hast du? Ich bin mein eigenes Idol. Was ist für dich das Besondere am SC Preußen Münster? Die Fans in das Stadion. Was findest du an der Stadt Münster positiv? Den Hafen und das Kino. Okay, das war's schon. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.